Nintendo das nicht geil aus und ich ganz ehrlich diese sidebars sie sehen sehr sehr gar diese sidebars in anführungsstrichen diese ja dieses interface du musst ja also ds ist ja klar das ist übereinander so das kannst aber in einem 16 zu 9 video nicht machen ja das ist hier nicht 16 zu 9 was ich spiele das ist 3 zu 9 oder so so dann muss es halt eben bisschen modifizieren ich hoffe das geht so weil der obere bildschirm ist auch der nicht unwichtig teilweise deswegen wir lassen nicht mehr drauf ganz ehrlich so weit habe ich die musik noch nie gehört ist vielleicht doch besser so bildschirm berühren hallo du willst bestimmt spielen nicht wahr ja neues spiel bitte kommt übrigens hier der stift ist der windows mouse zeige nur in cool wollte ich nur mal gesagt haben willkommen an bord haare hilft dem alten seemann auf die sprünge heute ist der dritte juni 2014 und die uhrzeit ist doch 15 15 richtig das ist ja sehr interessant der ds kann hier der ds emulator kann auf die systemzeit zugreifen aber das ding ist hier der gameboy emulator kann es nicht wie man pokémon kristall sieht ja ist es richtig denke diese uhr traue ich danke diese uhr traue ich nicht sollte sie den heim zum franz verwerfen haare da wie es gerade von heim haben könnten sie können die könnten auf dieser straße schwimmen dieser regen hat einfach kein erbarmen ich weiß er ist unruhend hals maul er ist ich ja 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 ich weiß es ist echt schade gerade wo du seinen weiten wiki hast haare haare moment mal haare du haare du haare du haare wie heißt überhaupt mein name ist ganz einfach zu merken er ist t punkt oh ich hoffe der platz reicht sollte ja es reicht gerade so ich wollte nur mal schauen wie viel da so t punkt ohne natürlich t punkt ohne ja was für ein schwuler nach so passen die haare ja echt hart hart klingen ist nicht hart sein wie die alte schildkröte sagt aber egal ist ein ordentlicher name für einen kräftigen kräftigen burschen ich bin aber kein junge was ich fahre jetzt hier ist also ganz ehrlich zur erklärung dieser bildschirm hier ist nur darum hat jetzt der maus sage oben tschuldigung um ja halt wie man aussieht name geschlecht also die ganze anfangsscheiß wer das nicht weiß wie ein besoffener steuermann dieser vergleich heftig doch sag mal wo willst du eigentlich anlegen ja wie viele zeichen habe ich denn acht okay dann würde sich ja eigentlich dann würde sich ja eigentlich lohnitown anbieten ja wenn sein muss war nur ein witz kleiner lohnitown stimmt es soll lachen sein das sagt mir aber auch keiner sag mal t punkt lohnitown warum setzt du kurz auf lohnitown es ist meine stadt ja guter die jetzt meine sache zieh um okay jetzt wird es wichtig und kann hier wie kann ich denn moment save set ist shift f1 und laden ist f1 okay also shift f1 save to slot 1 so meine sache war ein spaß so das heißt wenn ich jetzt mich also verbau praktisch und am ende komplett hässlich aussehe also ingame dann kann ich noch mal revidieren jetzt hier um ich glaube es kommen drei fragen und damit hat man zwei hoch drei also acht möglichkeiten irgendwie auszuziehen zumindest mit einem geschlecht johar loni hast du flügel bekommen warum sollte ein kleiner mann wie du lohnitown wählen ist auch am ast der welt genau stimmt die sind sogar fünf möglichkeiten sind also dann zwei hoch zweimal fünfer 20 20 aus den aussehensmöglichkeiten recht okay strand rathaus einkaufen stadt tor museum museum ist langweilig stadt tor was willst du einkaufen zocken geht nicht gerade strand verstehe so denken wir männer ja ich werde nicht ablenken aber du siehst nicht gerade aus dafür viel geld weiterweil ist hast du genug um hier zurecht zu kommen jo hara alter ich war so da ist irgendwas falsch gelaufen ach du kleiner goldfisch viel passiv beute gemacht ja solange diese fahrt bezahlen kannst haben wir beide kein problem da sie ihn dort lohnt und wir können andocken abdocken irgendwas sogar der verflixte regen hört langsam auf ja und ich darf auch ein bisschen schnittarbeit betreiben bitte nicht hässlich 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 bitte 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 ja ok es geht es geht man kann zwar gar nicht so heftig erkennen aber es geht trotzdem land in sicht willkommen lohnitown wenn du fragen hast gehst du am besten ins rathaus gleich dort drüben alles klar viel glück wünsche ich dir t.loni so zur erklärung ich habe ein bisschen schnittarbeit und zwar wenn ich durch türen gehe oder generell wenn der bildschirm schwarz wird ähm kommt kommt ein stör sound das ist einfach der letzte sound da gekommen ist nur einfach doppelt so laut gefühlt ähm den werde ich versuchen rauszuschneiden ich werde ihn jetzt einmal bewusst nicht rausschneiden höchstens ein bisschen leiser machen dass man dass ihr hört was ich meine ich weiß halt nicht wie man es behebt wenn man es beheben kann dann bin ich sehr dankbar für tipps ja genau das war es der tür zuschlags sound nur halt lauter und hässlich also das ist das rathaus von lohnitown nun was kann ich heute für dich tun es hat sich gereinnt hihihi äh bin hergezogen ich weiß gar nicht warum man da zwei antwortmöglichkeiten hat das macht überhaupt nichts oh meine güte du musst t.loni sein fuck alarm alle in die rettungskapsel nett dich kennenzulernen ich heiße perli ich bin hier im rathaus deine ansprechpartnerin Tomnook war so nett und hat mir alles über dich erzählt t.loni ich hätte mich vielleicht nur loni nennen sollen egal er sagte mir er möchte einen neuen bewohner willkommen heißen deshalb hat er eine bleibe für dich bereitgestellt natürlich ist sie bescheiden also hässlich Tomnook war ein neuerdings ziemlich hingeberlaune muss ich sagen wahrscheinlich kriegt das haus auf kredit mit 20% zinsen täglich ich wettet ne also zur Erklärung ich habe Animal Crossing natürlich schon gespielt ich weiß wie alles abläuft aber naja man muss ja auch mal ein bisschen reinkommen und so deswegen verzeiht diese Sprüche der Unwissenheit könnte man sagen der Unwissenheit nun denn sicher willst du gleich dein Haus sehen dein Haus gleich sehen ich kann nicht richtig lesen also das hier ist es oh das ist schön 20 Pixel große pass ich rein verarschen oder was nun denn verwendet diese Karte um dein Haus zu finden oh warte weißt du überhaupt wir haben die Karte auf nein öffne die Karte indem wir den Pfeil oben rechts auf dem Touchpad des Screen antippst den wir dann das Haus Symbol im oberen Bereich an du kannst hierzu auch den X-Knopf auf deinem Nintendo ja das ist das ist ganz witzig ähm Moment kurz ich muss mal kurz wo sind wir denn hier config ich weiß gar nicht sieht man es hier jetzt muss ich muss ich dann mal schauen Frames Emulation wo sind wir nein das wollte ich nicht hotkey hotkey war es glaube ich auch nicht warum ist da was rot ich weiß es nicht nicht so wichtig control ah ok ach ich muss alles wieder neu einstellen gut ähm ja die Frage ist wie mache ich das jetzt also wahrscheinlich im ähm in Anlehnung an den Nintendo DS BASD sind links die linke Hand und boah jetzt muss ich nachdenken ähm BAYX wie war das wie war das wie war das Moment ich hab ich hab hier was also B war rechts A war unten Y war links und X müsste oben gewesen sein wenn mich nicht alles täuscht ich könnte auch ehrlich gesagt auch mit mit Gamepad spielen aber dann Gamepad und nebenbei Maus weiß nicht ist es so gut also Tastatur und Maus ist man irgendwie gewöhnt außerdem hier weil ich so viel Quatsch wird die Folge 1 auch länger wie gewohnte ähm ach ganz ehrlich wobei das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr oder ach scheiß Kabel vielleicht spiele ich doch mit Gamepad eventuell muss ich resetten dann muss ich mal gucken ich schließe mal noch kurz das Gamepad an das wird hier dann Folge 0 oder vielleicht machen wir es auch so Folge 0 Folge 0 Einstiegskrams oder wie ok jetzt sollte der Sound kommen ich es kommt kein Sound ok ja das war ein Sound ab ok Moment Reset ich will nur mal schauen ob das funktioniert ansonsten muss ich einfach ganz neu starten ab nein muss nur starten ok dann ja sehen wir uns gleich wieder mit Gamepad und dann auch richtig war irgendwie ziemlich dämlich mit Tastatur loszulegen naja bis gleich ok wir sind zurück und jetzt auch endlich und jetzt auch endlich richtig mit Gamepad ich muss halt mit der Maus dann ja das war das Sound den ich wieder rausschneiden darf ich hab Spaß ähm irgendwas wollte ich ja weiß ich nicht mehr also muss ich halt Gamepad und nebenbei dann halt auf die Maus wechseln aber es ist ja nicht so schlimm ähm die Tasten müssten alle passen X genau Karte hier können wir eigene Designs für für Kleidung Schirme und Teppich und alles machen gesammelte Fische Insekten der Chat wo ich mit Leuten chatten könnte die es hier ja nicht gibt Jan Cornelia Monique so die Karte sieht gar nicht mal so geil aus andere Sachen andere Sachen wo muss ich denn eigentlich hin ähm hm wo ist denn ach so da oben ok zurück und hoch hallo Tomnook ich bin gleich da was ist das denn eh natürlich es ist natürlich das erste gleich die Falle ne ein Fossil wär zu schön mach erstmal Falle Pisa bin gerade nicht da komm bald wieder wo ist mein Haus muss ich doch suchen oh ne ok ist ungewohnt wenn man sein Leben lang auf einer Karte gespielt hat und jetzt ist es auf einmal eine komplett andere du musst dich total neu orientieren das ist eigentlich schlimm so das ist mal wow es sind wirklich 20 Pixel gefühlt ja ja das war schön hallo Tom Tom wo bist du ich brauche dich dann 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 bum 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 ok vielleicht kommt er ja jetzt ich hab schon wieder den Auftrag vergessen was ich machen soll Mist hm ah da hey du du da drüben was willst du Pizza von mir du bist t.loni nicht die junge meinte dies tolle Haus boah tolle Haus ja ich bin froh dass du es noch rechtzeitig geschafft hast na was denkst du sieht gemütlich und äh rustig ja rustikal triffst ganz gut das pinke Dach ist aber auch schön ist okay du wirst dich sehr schnell daran gewöhnen keine Sorge hm hm darf ich mich vorstellen ich heiße Tom Nook und bin der Besitzer des Ladens nebenbei bin ich hier in der Bau- und Umbaubranche tätig ich habe dein Haus genauso gebaut wie du es bestellt hast deshalb darf ich wohl annehmen dass du es auch bezahlen wirst und was was ich habe überhaupt nichts bestellt ich wollte in der Gosse wie ein Penner leben die Gossen haben wir noch nicht besprochen nur in der Gesamtpreis beläuft sich auf läppische 19.800 Sterne ehrlich wucher ohu mach dir doch keine Sorgen ich würde doch niemals verlangen dass du es auf einmal abbezahlst jedes mal wenn du dich ins Bett auf dem Dachboden legst wird gespeichert lag zahle deine Schulden einfach jeden Tag Stück für Stück im Rathaus ab mehr nicht ich muss auch heulen ich kann nicht einfach ja sagen nur keine Sorge wenn du etwas über das Geld verdienen wissen willst erzähle ich es dir gerne ich weiß es noch eigentlich also eigentlich könnte ich dir erzählen aber durchs erleben bleibt es besser im Gedächtnis als durchs zuhören ja warum nimmst du nicht einen Teilzeitjob in meinem Laden an du verdienst etwas Geld und wer jetzt so die Stadt kennt ist doch genial hm ja ja eine tolle Idee ja ja heißt leck mich am Arsch du Pisser es ist abgemacht abgemacht wie ein Pflaster oder so ne also abgemacht hm was für ein Vergleich hätten wir für abgemacht schreibt es in die Kommentare wenn euch etwas einfällt egal komm doch später mit mir im Laden vorbei ja wenn du dich nicht weißt wo es sehe ich auf der Karte um so einfach ist es ja okay mit B kann ich rennen also ich meine ich weiß es aber auf dem Gamepad sehe ich ja nicht B A X Y sondern naja Kreis Viereck Dreieck und äh Quadrat genau so die Standardfrucht in dieser Stadt sind scheinbar Kirschen herzlichen Glückwunsch in meiner DS Stadt als ich damals angefangen habe waren es ich glaube Pfirsiche oder so und seitdem sind Pfirsiche in der Stadt hier überhaupt nichts mehr besonderes und Kirschen dafür halt schon da muss ich jetzt auch umdenken Tom Nook wo ist dein Ranzladen äh irgendwo irgendwo hier irgendwo hier irgendwo hier da dann lasst uns arbeiten yay wow war das laut und ekelhaft oh hier mal auf zu ich bin auf schnellstem Wege fast hierher gekommen ich habe mich schon gefragt ob ich dich jemals sehen werde also jetzt bist du aber ein bisschen Drama Queen Junge alles klar zieh als erstes die Arbeitsuniform zu den Informationen jeder der hier arbeitet musst du was tragen musst du auch so eine hässliche Maske tragen wie du ach das ist keine Maske hoppla ähm sag einfach Bescheid wenn du mit dem Umziehen fertig bist okay das war falsch nein ich habe A und B falsch gelegt glaube ich Mist oder doch nicht ich kann ich kann es gerade echt nicht einschätzen vielleicht habe ich es falsch gemacht ich weiß es nicht sollte euch nicht jucken ja ja das sitzt wie angegossen was da da wie das hinter uns haben geht es gleich zur Arbeit oh ja ich habe hässliche unwichtige Nebensätze oh ja als erstes pflanzt man bei Bäumen und Pflanzen um den Laden herum säubere saubere und ansprechende Umgebung wird meinen Laden noch attraktiver machen abgesehen davon dass er hässlich ist ich verlasse mich darauf dass du die Umgebung charmant gestaltest mhm ich muss mich nur daneben stellen ist die Umgebung charmant genug Entschuldigung gib einfach Bescheid wenn du fertig bist jawohl ich gebe mein Bestes ok Inventar ist Y und dann können wir jetzt hier Sachen pflanzen wobei das Feld was am nächsten ist ausgewählt wird ein Physiker würde jetzt sagen dass oder das Pflanzenfeld ist quantisiert also es gibt nur bestimmte Quadrate wo eben Pflanzen oder auch Bäume wie man oben sieht hin können schön hier zu sehen ok dann haben wir bestimmt noch drei ach sogar noch eine Pflanze da habe ich fast übersehen der Laden wirkt schon viel charmanter abgesehen davon dass er hässlich ist ich will auch nicht Toms Gefühle verletzen ist ja ganz klar aber ich meine so ist es halt was wollen wir denn machen was ist sie über das Übrigens Kirschen können wir essen oder verkaufen wenn wir sie essen hat man genau gar nichts davon es sieht einfach nur total witzig aus jetzt ähm verkaufen bringt ich glaube die Standardfrucht in der Stadt bringt 100 Achso ich muss dich auch noch ansprechen Hilfe ja ich habe der Umgebung neuen Charme verliehen ich muss mich wohl auf dein Gefühl und Stil verlassen was T.Loni also was soll ich dir als nächstes zu tun geben ich würde auch hoch sprechen aber ich bin körperlich leider nicht in Form das Problem ist wenn ich hoch spreche ne ok das könnte ich schon aber ist egal erzähl ich später oh wie dumm von mir etwas ist mir komplett entfallen du bist ja behindert du bist doch gerade erst in LoniTown angekommen oder? nun hast du dich schon allen Bewohnern von LoniTown vorgestellt ist mir voll egal man ich will meinen PC und zocken ich sag dir was du hast so hart gearbeitet ja genau ich habe sieben Sachen in den Boden geworfen ich kriege eine kleine Pause nutze sie um nicht bei deinen Nachbarn und Kunden vorzustellen vergiss nicht zu klopfen du willst ja niemals erschrecken vergiss auch nicht dich dem Bürgermeister vorzustellen er geht in der Regel ja ne verzieht in der Regel in der Nähe des Rathauses suche ich am besten dort mach dich jetzt auf den Weg und nicht trödeln ich überleg gerade brauche ich überhaupt die Maus ich meine da habe ich jetzt so einen schönen Maus Cursor Mauszeiger und dann bringt er ja gar nichts weil ich benutze ihn ja quasi nie ok doch hier könnte ich ihn hier könnte ich ihn eigentlich schon benutzen weil das ist sehr das ist eigentlich sehr viel praktischer und aus Protest gegen dieses hässliche Arbeitsoutfit leite ich mich richtig ein ich glaube immer noch A und B sind falsch ich recherchiere das nach der Aufnahme mal bis dahin wo sind denn die ganzen Lackaffen einmal unten dann einmal rechts und dann einmal über die Brücke ok jetzt hier irgendwo übrigens überall wo diese Schilder stehen kann später noch ein Haus hin pass auf und lausche dann haste die wie Karausch diese Reime wenn man fischt aber naja kommen wir auch später noch drauf erstmal Nö jetzt mal Vielen Dank.